We have the opportunity to... Oh! Don't hurt yourself. Da haben sie noch mal die beiden, die sich... Facing each other, like a stand-up. Thank you. Beeindruckend, die zwei großen... Männer zu sehen, der eine die Ende in der Tasche. Farblich sind sie ganz gut abgestimmt, würde ich sagen. Große! Große! Als Hinweis für die Fotografen, wir machen das noch mal da unten vor der Wand. Wir haben die gelangt, damit auch die Fernsehkameras da unten ein paar Bilder kriegen, machen wir es hier einmal. Thank you, gentlemen, for this time. Sie wollen gar nicht aufhören, glaube ich. Um sich was zu sagen. Okay, gentlemen, thank you. Ich bringe nicht zu ihm durch. Ich bringe nicht zu ihm durch. Ich versuch's noch mal. Ich versuch's noch mal. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Jetzt dazwischen zu gehen, beide Tage. Machbar! Man sagt mir, auf euch soll mich trauen. War sehr lustig. Bis jetzt in der Regie. Wachen wir nicht. Na, wir haben ein bisschen Zeit, oder? Dann gehen wir es noch auf. Ja! Sprechen jetzt mehr als auf der Pressekonferenz. Die Liede im Mikrofon. Schauen wir mal. Ja, meinst du, wir können die beiden noch bewegen haben, um zu gehen? Die Urlaubspläne. Die Urlaubspläne. Gemeinsam Urlaub. Das ist ne Idee.